So, hi zusammen. Jetzt geht es um was ganz anderes, nämlich Rette die Welt. Ihr fragt mich dauernd nach Skins, kannst du mir das schenken, kannst du mir das schenken und ich habe schon so viel Geld ausgegeben. Ganz ehrlich, ihr könnt euch Skins eigentlich ganz simpel selber erwirtschaften, nämlich mit Rette die Welt. In Rette die Welt kann man eigentlich so viel V-Bucks sammeln, also monatlich, selbst wenn ihr gar keine normalen Aufgaben macht, hat monatlich bis zu 1500 V-Bucks. Und das ist nicht irgendwie ein Clickbait oder so, sondern ihr bekommt diese 1500 definitiv. Ihr müsst dafür nur jeden Tag eine Tagesaufgabe machen. Und ihr seht schon, jedes Mal wenn ihr euch einloggt, ich bin jetzt bei Tag 75 und bekomme in zwei Tagen schon wieder 150 V-Bucks. Wie viel V-Bucks ich jetzt insgesamt schon mit Rette die Welt eingenommen habe, kann ich nicht genau sagen. Ich habe es am Anfang noch mal notiert. Alle, die meine Rette die Welt Videos gesehen haben am Anfang, wo ich den Kanal neu aufgemacht habe, da sieht man klar und deutlich, wie viele V-Bucks ich gemacht habe. Aber ich kann euch sagen, in grob einem Monat habe ich circa, wo ich mit Rette die Welt angefangen habe, mal locker 5000, 6000 V-Bucks gemacht. Ohne mir irgendwas noch dazu zu kaufen. Klar, Rette die Welt kostet 40 Euro im Playstation Store, im Xbox Store und auf dem PC, meine ich, wäre es sogar ein Tick günstiger. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ich will da keine falschen Infos raushauen. Das Problem ist, ich konnte jetzt nirgendwo nachgucken, weil ich eben überall schon alles gekauft habe. So, wie gesagt, hier bekommt man V-Bucks. Jetzt zeige ich euch aber ganz kurz, wie das genau abläuft mit diesen Tagesaufgaben und wo ihr noch überall V-Bucks bekommt. Ihr seht, ich bin schon im Brutal, in Anführungszeichen. Ich spiele es kaum noch, nur noch so, wenn ich ein bisschen Langeweile habe und bei Battle Royale gerade gar nichts funktioniert. Ihr seht schon, wenn ich hier die Aufgabe jetzt mache, schließe Sturmschild, Verteidigung 2 im Brutal ab, bekomme ich schon wieder 100 V-Bucks. Das ist noch nicht eingerechnet in die 1500 V-Bucks, die man jeden Monat auf jeden Fall bekommt, wenn man die Tagesaufgaben macht. Aber hier drauf gehe ich gleich noch näher ein, da kommen nämlich noch einige V-Bucks zusammen. So, wir gehen mal hier unten auf Auftragsbeschreibung. Hier seht ihr alle möglichen Aufgaben. Aber uns geht es natürlich jetzt in erster Linie um V-Bucks. So, da sind wir hier. Wir bekommen, tagestägliche Aufgabe, Hüllenausrottung, Nahkampf. So, wir bekommen, wenn wir 300 Hüllen mit einer Nahkampfwaffe töten, bekommen wir 50 V-Bucks. 300 mal einfach einen Mob umhauen. Ganz simpel eigentlich. So, jetzt geben, also so Aufgaben kommen wir. Dann gibt es noch Aufgaben, macht, zerstöre ein Feuerwehrauto, zerstöre ein Zwerg und so Geschichten. Aber da werdet ihr eigentlich relativ schnell reinfinden. Guckt halt wirklich, meine Rette die Welt Videos von Anfang an. Weil ich habe wirklich Mission für Mission hochgeladen. So, dass ihr die Mission erstmal schafft. Und ihr seht halt auch, so viel V-Bucks hat er da schon gemacht. Also, da kam schon einiges zusammen. So, dann gehen wir mal hier zu der Hauptaufgabe, die ich jetzt zur Zeit habe. Da kommen noch einige. Wir müssen das Sturmschild Verteidigung 2 im Portal abschließen. Sturmschild kann man so erklären, man hat eine Hauptbasis und die wird dann angegriffen. Und die muss man verteidigen in bestimmten Wellen. Dazu wäre gut, wenn man andere Mitspieler hat, weil die helfen einem dann dabei. Hierbei ist immer wichtig, dass ihr eure Privatsphäre, nicht wie ich jetzt auf Privat, damit ihr nicht alle nachdeugnen könnt, auf Öffentlich stellt. Hier nehme ich dann auf Öffentlich, dann auf Anwenden. Vergesst das Anwenden nicht. Weil, wie ihr seht, ich habe jetzt den Haken bei Öffentlich. Gehe auf Nicht-Anwenden, sondern Abbrechen. Dann zählt das Ganze nämlich nicht. Dann stehe ich nämlich immer noch auf Privat. Ihr müsst halt wirklich Anwenden, Öffentlich. So, und jetzt könnt ihr nämlich auch andere Mitspieler finden. Weil, wenn ihr das nicht macht, spielt ihr den ganzen Kram solo. Und dann wird die Aufgabe doch ein wenig schwerer. So, dann gibt es hier noch andere Aufgaben. Süßigkeiten bekommt man dann. Da gehe ich gleich auch noch kurz drauf ein, weil hier gibt es nochmal einen eigenen Job. Ihr bekommt Gold. So, hier bekommt man auch nur Gold. Hier bekommt man auch nur Süßigkeiten. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht. Ich wollte euch jetzt nochmal gerade zeigen, was man alles so bekommt. Und hier bekommt man auch nur Skizzen-EP, Nebenaufträge, EP, EP. Aber, jetzt passt auf. Hier das ist zum Beispiel auch Sturmschildverteidigung 9 in der Heimatbasis. Das ist mein allererstes Level noch. Also es gibt glaube ich, warte, nicht, dass ich jetzt Blödsinn erzähle. Wir gehen kurz auf die Karte. Jeder von euch fängt hier an. Da hat man dann insgesamt 10 Sturmschildverteidigungen. Und ihr könnt gut rechnen. 10 mal 100 sind genau 1000 V-Bucks. Ihr bekommt 1000 V-Bucks, wenn ihr quasi diese Sturmschildverteidigung, wenn ihr hier drauf geht, auswählen, mein Sturmschild. Wenn ihr da bis zur 10. Stufe hochkommt, das werdet ihr natürlich nicht direkt schaffen. Ich bin jetzt bei Stufe 8. Ich habe es aber auch länger nicht mehr gemacht. Müsste ich eigentlich mal langsam voll machen. Habt ihr schon da, allein nur da, 1000 V-Bucks ohne die anderen Aufgaben. Heißt, im Prinzip, dann wären wir schon, wenn ihr das im ersten Monat alles macht, schon bei 2500. Ohne irgendwelche anderen Aufgaben. Dann habt ihr Plankathon. Das ist halt die nächste Welt. Ihr seht dann immer vom Level her, dass das dann immer mehr steigt. Auch in dieser Welt haben wir auch ein Sturmschild. Da bin ich bei 6 von 10. Das habe ich einmal nur so weit gemacht, dass ich im Spiel voran komme. Dass ich am Ende so viele Aufgaben, Missionen wie möglich habe. So, das hier wären dann nochmal 1000 V-Bucks. Wenn ich die hier komplett alle auf 10 abschließe, dann haben wir nochmal eine Welt. Auch ein Sturmschild. Hier, das müsste ich dann in die Stufe 2 schaffen. Dann habe ich wieder 1000 V-Bucks. Also wenn ich hier alles auf 10 habe. Also ihr seht schon, V-Bucks kann man hier sammeln ohne Ende. So, dann kann man jetzt neuerdings auch im Spiel die eigenen Spitzhacken benutzen. Das wurde neu eingeführt. Also jede Spitzhacken, die ihr habt, könnt ihr auch hier im Spiel benutzen. Es gibt es leider nicht. Ihr seht, ich muss hier mit der Pilotin rumspielen. Aber das ist dann ein anderes Thema. So, dann gibt es hier den Shop mit Lamas. Da jetzt genauer drauf einzugehen. Da gibt es andere YouTuber, die das dann genau erklären. Dann, ich bin die halt zur Zeit einfach nur am sammeln. Damit ich irgendwann mal ein großes Pack-Opening machen kann. Weil das jetzt zu erklären wäre ein bisschen zu aufwendig. So. Und dann seht ihr schon. Ihr könnt auf jeden Fall sehr viele V-Bucks am Tag machen. Hier haben wir gerade die Forschung. Das dürft ihr nämlich auch nicht vergessen. Jeden Tag hier die Forschung verbrauchen. Die zählt immer weiter auf. Und so werdet ihr natürlich auch immer stärker. So. Wie gesagt, wegen den 1500 V-Bucks, die ihr definitiv, definitiv bekommt. Auch wenn ihr das Spiel komplett durchgespielt habt. Ihr bekommt immer noch V-Bucks. Nämlich durch diese Tagesaufgaben. Und diese 50 V-Bucks werden hier oben dazu gezählt. Ihr seht, 3.115. Wir gehen kurz in den normalen Modus rein. Nicht, dass ihr denkt, ach, die zählen ja nur für den Modus. Für sich da Lamas zu kaufen oder so ein Blödsinn. Nein. So, wir gehen kurz rüber. Wie gesagt, 3.115. Deshalb habe ich nämlich auch so krumme V-Bucks-Zahl. Sag schon, so eine krumme V-Bucks-Zahl. 3.115. Und das Ganze ist auch hier in einem normalen Shop einlösbar. Heißt, ihr könnt euch jeden Monat, jeden Monat, bekommt ihr mindestens diesen Skin, könnt ihr euch jeden Monat kaufen. Wenn er im Shop ist, logischerweise. Hier den Skin, hier den Skin. Ihr seht schon, ihr könnt in Rette die Welt so viel V-Bucks machen. Das steht eigentlich in keinem Verhältnis zu dem, was das Spiel kostet. Klar, das Spiel kostet 40 Euro. Aber wenn ihr schon lange Fortnite spielt, dann lohnen die sich auf jeden Fall. Und klar, Epic Games sagt schon seit gefühlt, seitdem das Spiel draußen ist, ja, Rette die Welt wird umsonst, Rette die Welt wird umsonst. Nein, Rette die Welt wird nicht umsonst kommen. Weil, ganz einfach, die Leute kaufen sich trotzdem noch Rette die Welt. Auch jetzt noch. Weil man einfach so viel V-Bucks aus diesem Spiel rausholen kann. Und diese V-Bucks werden dann gebraucht, für eben die Skins zu kaufen. Oder es gibt natürlich auch welche, die haben gar keinen Bock auf Battle Royale, weil denen das halt zu schwierig ist. Die spielen lieber Rette die Welt. Auch in Rette die Welt. Also das ist kein Kinderspiel in dem Sinne. Da sind Aufgaben dabei, da wird es schon ein bisschen kritisch. Und man muss natürlich auch da ein bisschen bauen können. Man muss ein bisschen mit seinen Ressourcen handeln. Und man muss seine Waren auf jeden Fall auch zusammenhalten. Also in einer Runde zum Beispiel alle Fallen, die man produziert hat, dann rauszuhauen, ist keine gute Idee. Weil dann hat man keine mehr für die nächste Mission. Also Rette die Welt ist echt schon auch für Erwachsene, würde ich sagen. Nicht nur für kleine Kinder. Für ganz kleine Kinder, würde ich sagen, ist es schon fast zu schwer. Weil die brauchen halt wirklich Hilfe. Und mit Freunden zusammen macht das halt wirklich Spaß, wenn ihr da mal ganz entspannt rumspielen wollt. Und natürlich, wenn ihr V-Bucks sammeln wollt. Also ich kann nur nochmal sagen, ich glaube ich hatte, lass mich jetzt lügen, ich glaube in einem Monat hatte ich wirklich meine 5.000 bis 6.000 V-Bucks zusammen. Also im ersten Monat, wo ich das Spiel gekauft hatte. Also das kann ich euch wirklich garantieren, dass ihr diese 5.000 V-Bucks in den ersten 30 Tagen zusammen habt. Wenn ihr das Spiel natürlich auch ein bisschen spielt, um Gottes Willen. Ansonsten habt ihr halt, wie gesagt, 1.500 V-Bucks sicher. Jeden Monat. Deshalb, ich mache am Tag, meine Tagesaufgaben mache ich definitiv. Weil die V-Bucks hole ich mir einfach mit. Ihr bekommt, könnt bis zu 3 Tagesaufgaben sammeln. Ihr müsst euch natürlich einloggen, damit die neue Tagesaufgabe kommt. Also von alleine kommen die nicht. Ihr müsst euch definitiv einloggen. Also es reicht nicht, wenn ihr hingeht und sagt, ach, jetzt spiele ich mal 2 Tage, kein Rettet die Welt. Also eingeloggt haben müsst ihr euch, damit ihr die Tagesaufgabe auch bekommt. So, ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Also alle die, die unbedingt V-Bucks haben wollen und mich ständig in den Kommentar fragen, kannst du mir ein Skin schenken? Das ist wirklich eine gute Möglichkeit, um euch selbst V-Bucks zu bekommen. Und ich bekomme auch dafür jetzt kein Geld oder so von Epic Games, nur weil ich jetzt 1.510 Abonnenten habe. Das ist einfach nur ein kleiner Tipp von mir an euch, wie ihr das Ganze quasi finanzieren könnt. Und für 40 Euro, ich meine, es steht Weihnachten vor der Tür. Dann, was haben wir noch? Nikolaus ist auch noch da, wo ihr irgendwas geschenkt bekommt. Das ist jetzt gerichtet an die kleineren Zuschauer. Fragt da einfach, sagt einfach, Mama, das gehört auch in dem Spiel. Wir haben vielleicht schon sowieso schon mal, denke ich mal, es gibt sehr viele, die haben schon 40 Euro für V-Bucks ausgegeben. Nur für V-Bucks, die hättet ihr schon anders haben können. Aber viele denken immer auch, rettet die Welt, der Blödsinn da. Aber es ist eine V-Bucks-Quelle. Und in dem Sinne sage ich jetzt mal, entscheidet selber, wie ihr das handelt. Aber ich kann es halt nur empfehlen. Ich denke mal, bis jetzt habe ich euch keinen Blödsinn erzählt. Von daher könnt ihr mir da ruhig glauben. Und in dem Sinne sage ich jetzt mal, haut rein. Und denkt dran, gebt trotzdem nicht zu viel Geld aus für dieses Spiel. Und haut rein.